So, herzlich willkommen. Ja, auf Facebook wurde ich von ein paar meiner Kommilitonen dazu aufgefordert, einen halben Liter Bier zu echsen und dazu ein Video zu machen. Jetzt ist es so, grundsätzlich lasse ich mich ja auf jeden Mist, der irgendwas mit sozialen Medien zu tun hat, ein. Jedoch war ich die letzten zwei Tage krank, lag flach im Bett und habe gedacht, nee, gleich daraufhin einen halben Liter Bier zu echsen, ist vielleicht doch nicht das wahre. Deshalb habe ich mir was anderes rausgedacht, damit es eine Herausforderung ist. Ich habe keine Ahnung, wie der schmeckt. Ich habe hier diesen Tea, weißer Tee und Cranberry Arcai. Ich weiß nicht, ob das Arcai ist. Das ist irgendwie so eine Gesundheitsbeere, keine Ahnung. Davon habe ich ein Liter. Das ist darüber hinaus vier Stufen zum Teeglück, siehe Rückseite, und voll Bio. Das heißt also, es ist gesund, was ja in meinem Fall gar nicht schlecht wäre, wenn es was Gesundes ist. Und ich werde jetzt versuchen, diese Flasche auf Ex zu trinken. Das ist wohlgemerkt ein Liter. Damit bin ich 0,5 Liter über dem Bier und damit sollte das ein Ausgleich sein. So, ich versuche jetzt, sie hier gekonnt aufzuschrauben, ohne zu viel vom Bier zu verdecken. So, Flasche ist offen. Mal gucken, ob ich das hinkriege, so dass es im Bild ist. Achtung, Luft holen. Flasche leer. Und jetzt könnte ich im Prinzip gesund werden oder ich könnte Fußballtrainer vom FC Bayern München werden. Egal, Flasche auf alle Fälle leer. So, und ich hoffe, damit habe ich die Ziele von meinen Kommilitonen erfüllt und ihr hattet vielleicht auch was zum Schauen. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns bald wieder.